Ich habe ein Problem mit der Heulerei. Ich heule doch gar nicht. Wie sieht Deutschland den Egoismusfaktor unserer Stars? Sie selber glauben? So. Die Auflösung? Deutschland hat entschieden. Und hier sind die Ergebnisse. Wer ist solidarisch und wer ist egoistisch? Dieser Reality-Star hat schneller den Weg in die Herzen der Zuschauer gefunden als letzte Staffel Georgina den Champagner. Platz 11 geht an. Nervo! Richtig geraten. Erster Punkt für die Stars. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin sehr bloß. Auch Platz 10. Glückwunsch Luna! Leider kein Treffer. Alles fürs Team. Und für dich Platz 9. Gina Lisa! Zweiter Treffer. Du bist Platz 1! Aber falsch geraten. Nummer 8. Also dem André ist auf jeden Fall ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Ja, das ist schön. Hundertprozentig, hatte ich ja gerade gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass nach den letzten negativeren Ereignissen, vor allem in der Öffentlichkeit, dass das Bild da von mir doch eher ein positives ist. Walter Sieben falsch geraten, Leon ebenfalls 6 statt 5 und auch Freikörper Evil hat ein besseres Image als alle dachten. Und die liebe Jennifer landet auf dem gar nicht so schmeichelhaften Platz 4. Damit bin ich sehr zufrieden, by the way. Und wen hält Deutschland für den größten Egomanen? Einzelkindverhalten bis ins hohe Alter. Hier kommen die Top 3 Egoisten. Platz 3 geht an... Platz 3 geht an... Tim! Tim! Sehr gut! Super! Also Tim habe ich ja mal gar nicht auf Platz 3 gesehen. Es wird spannend. Claudia und Prinz Frederik, was glaubt ihr? Wem von euch gebührt diese zweifelhafte Ehre? Ein Star muss egoistisch sein, sonst kommt er nie oben an auf der Leiter. Auf Platz 1. Der Ich-Ich-Ich-Einmann-Fangruppe. Unsere Zuschauer haben entschieden. Die Zuschauer sehen Sie als den größten Egoisten der Gruppe. Prinz... Bravo! There you go! Claudia... Drei Schlass! Bravo! Nur Vize-Egoistin. Hauptsache ich. Dreimal haben die Reality-Stars richtig geraten. Platz 1 ist mein Platz. Und auf Platz 1 steht der Thron. Und auf diesem Thron sitzt der Prinz. Das hat die Hälfte gemacht. Ihr wart alle super im Rahmen eurer Möglichkeiten. Und schon folgt der nächste Knaller. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt unsere sensationelle neue Überraschungsbox. Leute, da passiert was. Da kommt eine Box. Die ist für den Erstplatzierten auf der Wahrheitswand. Oh je, da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt drin ist. Sawadee Cup! Genau! Sawadee Cup! Sawadee Cup! Lieber Frederik! Ich? Deine Welt dreht sich nur um dich. Denn Deutschland sagt, du bist der größte Egoist. Genau so ist es. Deshalb ist die supergute oder echt eher so Mittelbox nun deine. Alle freuen sich mit Frederik, weil sie ihn so lieb haben. Oh je! Bitte schön! Du bekommst folgende Möglichkeiten. Du öffnest diese Box und tust, was immer die Box von dir verlangt. Zwei. Du öffnest die Box nicht und hast vielleicht eine Chance vertan. Drei. Du gibst die Box weiter. Also die letzte Frage kannst du dir sparen, sonst wäre ich ja kein Egoist. Deshalb gebe ich sie nicht weiter. Okay, dann. Okay. Schade. Wäre ja schön gewesen, wenn er mal einmal was gegönnt hätte. Bist du wirklich so egoistisch? Riskiert er lieber eine schmerzhafte Überraschung, als dass jemand anders vielleicht was Schönes kriegen könnte? Aufmachen! 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 Da kann doch Böses drin sein! Da kann doch Böses drin sein! Gönn dir, Frederik. Oh, tata! Ein Umschlag! Ein Umschlag! Klar war es logisch, dass der die Kiste aufmacht. Du bist in der kommenden Stunde der Wahrheit safe. 1 zu 0 für die Ego-Manie. Jetzt wird Egoismus auch noch belohnt. Jetzt ist er safe und dann kann sein Prinzenstatus hier weiter aussehen. Tja, Frechheit siegt. Wie so oft im echten Leben. Das ist es. Du wolltest mir das nicht glauben. Fairerweise seinen noblen Titel teilt er durchaus gerne gegen ein gewisses Entgelt. Hierzu Adelsexpertin Claudia. Dieses ganze Kind da, Adoptierter ständig für ordentlich Taten. Ich hatte mein eigenes Geld, aber ich musste mehr haben. Und dann hatte ich immer über die Jahre in Anfrage von Leuten, die adoptiert werden wollen. Wann es vier oder fünf? Vier, oder? Oder fünf? Ich glaube fünf. Wie oft hat er sich als Papa verkauft? Drei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, fünf. Und beinahe? Gina-Lisa. Die habe ich noch nicht adoptiert, weil die irgendwie nicht, die waren ein bisschen doof in der Berne. Da konnte ich einfach nicht mit. Er wurde adoptiert von irgendjemand, der knapp bei Kasse war. Und jetzt adoptiert er selber. Man hat gesehen, was das für sch***en für grenz-sebile Typen waren. Reine Geldgeilheit. Jetzt spreche ich das Wort auch mal aus. Wie läuft es denn so mit deinem Prinzchen Markus? Kein Kontakt. Kein Kontakt. Das geht nicht. Nicht meiner Gesellschaft. Tut mir leid. Warum nicht mal einen netten Kerl wie Tim? Ich will auf jeden Fall kein Prinz werden. Ich brauche nicht irgendeinen Titel oder so. Aber ja, jedem das Seine. Und das Seine vom Frederik bleibt dann halt wohl der nette Markus. So, jetzt mal noch ein paar Gratis-Bilder von Frauen beim Duschen. Ihr wollt es doch auch. Ach, schulhübsch hier, oder? Aber auf Dauer super langweilig. Kannst du dich gleich vor eine Fototapete setzen? Freunde, wahres Entertainment braucht menschliches Drama. Und bitte. Na, Romul und Jenny trinken komplett am Rad. Weil sie sind total auf Entzug. Aber Entzug macht erfinderisch. Ey, willst du das jetzt rauchen, Na, Romul? Ich hab mein Opa, mein Opa gesehen. Na, Romul will eine Palme rauchen. Diese Frau braucht eine eigene Schaumann. Die läuft doch gerade. Guck mal, wie diese Banaten, was sie hier angeschleppt. Die ist größer als die. Aber die kann auch 100 Zigarette daraus machen. Du kannst doch jetzt nicht einfach den Baum rauchen. Ja, doch, das ist Palme. Mein Opa hat schon mal gemacht. Und hat das überlebt? Man weiß es nicht. Egal, die Sucht ist stärker. Guten Appetit. Schmeckt? Nichts. Das kann ich nicht mehr. Nur mal so zur Sicherheit. Bitte auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Am besten gar nicht rauchen. Man sieht ja, wohin einen das treibt. Genug jetzt. Es ist Gaming Night. Wir spielen der harte Stuhl. Die Stars müssen sich heitere Fundstücke aus dem Netz vorlesen. Es handelt sich dabei um Kommentare über sich selbst. So, jetzt bin ich gespannt. Prinz Ego darf standesgemäß natürlich als erster unseren prachtvollen Thron besteigen. Zur Audienz mit seinen virtuellen Untertanen. Wie huldigt das gemeine Volk dem Fürst von Hollywood im Internet. Durchlaucht, wir sind gespannt wie Bettlaken. Ups, das war wohl eine Majestätsbeleidigung. Der Prinz war nicht so gut gelaunt. Nee. Und da war er auch einfach raus. Da hat er keinen Bock mehr gehabt. Narumol soll's richten. Setz dich da hin und lies die Kommentare. Der Prinz gibt doch sowieso einen Fick auf die. Wieso munig lesen? Ja, dann also hör auf, du hör auf. Ja, Mann. Nein, lies das. Lass mich schon. Das ist ja seine Community. Lass das mit dem Bachelor lesen. Lass das wenigstens jemand lesen, der lesen kann und nicht nur diese Heulerei kotzt mich an. Das läuft ja mega. Ich hab ein Problem mit der Heulerei. Ich heu doch gar nicht. Zwei Frauen bekriegen sich gegenseitig und greifen sich gegenseitig an. Das geht doch gar nicht. Ich kann das nicht. Der Nikotinentzug macht Narumol offenbar ein kleines bisschen empfindlich. Tja, Augen auf bei der Genusswahl. Lass die Finger von den kippen. Interessiert kein Mensch, diese Heulsuse. Lies es jetzt vor, um gut zu sein. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht haben. Nein, ich hab genug Rücksicht genommen. Die schlernen hier rum wie die Doofen. Ja, ist okay. Wenn einer weint, dann weint der. Das muss man auch akzeptieren. Und auch wenn die Person hundertmal oder tausendmal weint, das muss man akzeptieren. Das tun wir hiermit auch. Game over. Hä? Wir bedanken uns bei der Tabakindustrie für ihren Beitrag zum menschlichen Miteinander. Ach, geh doch durch! Ja! Ja! Shut up! Ja, du, doch! Shut the fuck up! So, das gemeinsame Gute-Nacht-Gebet lassen wir heute mal ausfallen.